Zombie Apocalypse Hey Leute ich bin Mario, ich bin XD und heute spiele ich Clash Royale Und erstmal sorry, dass in der letzten Zeit keine Videos kamen Aber für mich habe ich einfach Clash Royale den Hype verloren Pixel Gun, ich wusste einfach nicht was ich aufnehmen sollte Im Hintergrund läuft ein Gameplay, da spiele ich glaube ich mit On Legendary Wer hat euch On Legendary gewesen sein? Ok Und ihr könnt mir in die Kommentare Spielvorschläge schreiben Weil sonst werden vielleicht wieder eine Woche keine Videos kommen Und ich habe das so vermisst, das Aufnehmen Das war für mich einfach so ein geiles Gefühl, als ich das wieder aufgenommen habe Das ist halt jetzt alles nachsonigiert Ja, okay Und ja, ich weiß halt noch nicht was ich aufnehmen werde Hm, ich könnte mir etwas überlegen, aber das ist mir egal gerade Was ich aufnehme dann später Ich hoffe ihr seid noch aktiv auf dem Channel Und wenn ja, dann zeigst du es mit dem Dom nach oben Ich würde mich mega freuen Ok Ich weiß gar nicht, wo wir das mit spielen Ich glaube nur ich nicht Ich weiß nicht Ok 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 Und der Flammenwerfer hat ja YouTube die Quittet, falls einige von euch schon mitbekommen haben Ich weiß nicht, wo wieder anfängt, aber abonniert ihn alle Vielleicht fängt ihr dann wieder an, das ist ja mega nice von euch Weil ich will mit ihm wieder aufnehmen Weil Er ist einfach Ein sehr guter Kollege von mir Und ich will das jetzt nicht verlieren Das Aufnahmegefühl mit ihm Weil Es ist einfach So mega geil Und in den gameplay spielen wir hier mit Ohlöschen, der Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe Wenn ja, tut es mir leid Ja Ich weiß nicht, was ich noch sagen dazu soll, aber Noch viel Spaß mit dem gameplay, ich werde jetzt nichts mehr sprechen Ja Also so mal Ciao Leute Sehen müssen wir im nächsten Video Ciao Oh Oh Wow